Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie aus Ihrem Raspberry Pi einen MP3-Player machen können oder eine Stereo-Anlage. Je nachdem, wie man das Ganze sehen will. In einem anderen Video haben wir bereits gezeigt, wie Sie aus Ihrem Raspberry Pi ein Internetradio machen können. Und fast alle Schritte dieser zwei Videos sind eigentlich recht identisch. Wenn Sie das also schon gemacht haben, also Sie haben schon ein Internetradio und wollen das Ganze nur noch erweitern, um die Möglichkeit auch MP3-Dateien abzuspielen, dann einfach hier in dem Video entsprechend später einsteigen. Alle, die von vorne beginnen, alle Befehle finden Sie natürlich über die Beschreibung verlinkt. Am Titel erkennen Sie wahrscheinlich schon, dass das hier ein Mehrteiler ist, aber keine Sorge, nach diesem Video ist der MP3-Player grundsätzlich fertig. Die Steuerung des Players unter Windows, Linux und Android wird dann in den Folgeteilen gezeigt. Schauen wir uns allerdings zuerst einmal das Setup an. Mein Pi in der Mitte ist derzeit noch mit einem Netzwerkkabel an das Netzwerk angeschlossen. Wie Sie Ihren Pi zum Beispiel auch mit WLAN ausrüsten können, haben wir in anderen Videos unserer Pi-Serie schon gezeigt. Link natürlich in der Beschreibung. Über den Audio-Ausgang habe ich den Pi mit einem sogenannten 3,5 mm Klinkensteckerkabel verbunden. Und zwar mit dem Lautsprecher. Das heißt, der Pi gibt den Ton aus. Über den Lautsprecher hören wir das Ganze dann am Ende. Anhand des Lautsprechers entscheidet sich dann auch zuerst, wie gut Sie den Ton haben wollen. Es gibt Lautsprecher ab 10 Euro. Da können Sie nicht viel erwarten. Ab 150 Euro geht es schon besser und nach oben ist da bestimmt keine große Grenze. Die Audio-Ausgabe des Pi über den analogen Port ist allerdings auch nicht von bester Qualität. Es empfiehlt sich sicher damit zu beginnen und wenn Sie dann der Meinung sind, dass Sie mehr Qualität brauchen, dann können Sie an den Pi auch noch eine externe Soundkarte anschließen. Vorschläge dazu wie immer über die Beschreibung verlinkt. Das Anschließen der Soundkarte an den Raspberry Pi haben wir ebenfalls schon in einem anderen Video unserer Pi-Serie gezeigt. Und abschließend noch die Crème de la Crème. Wenn Sie digitalen Ton haben wollen, dann können Sie natürlich den Ton auch direkt über den HDMI-Port ausgeben lassen. Dann brauchen Sie nur in Anführungsstrichen einen Lautsprecher, der auch über einen HDMI-Eingang verfügt. Dann wird das Signal darüber ausgegeben und dann hat man es digital. Also beginne ich mit diesem einfachen Setup und Sie können ja dann bei Bedarf aufrüsten. Ich habe mich jetzt hier schon via PuTTY auf meinen Pi aufgeschaltet und diesen schon auf den aktuellsten Stand gebracht. Ich bin auch schon als Nutzer root unterwegs, also mit sudo "-s", und dann Passwort eingeben. Der erste Befehl ist abget install. Wir brauchen mpd, mpc, alza "-utils", und wir nehmen noch pro ftpd, weil wir die ganzen Dateien, unsere Musikstücke am Ende per FTP, auf den Pi übertragen wollen. So, das müssen wir bestätigen. Ebenso wie das hier, da reicht ein Klick auf die Enter-Taste. Wieder in der Eingabeaufforderung angekommen, werden wir zuerst mal mit dem Befehl move die Datei etc.mpd.conf, das ist unsere Konfigurationsdatei, und zwar in diesem Fall das Original. Die werden wir verschieben oder streng genommen umbenennen, und zwar in etc.mpd.conf.org. So, dann ist die Originaldatei weg. Na, jetzt erstellen wir uns unsere neue Datei, mpd.conf. Die ist natürlich jetzt leer. Die entsprechenden Einträge finden Sie alle über die Beschreibung verlinkt. Ich werde das jetzt hier auch nur eben in den Zwischenspeicher kopieren, um es dann hier über Putty mit der rechten Maustaste ganz einfach einzufügen. Wir können die ganzen Begriffe hier auch übernehmen. Es ist entsprechend so eingestellt, dass die mp3-Dateien am Ende im Verzeichnis pi slash mp3 liegen, also im Nutzerverzeichnis des Nutzers, in dem wir in der Regel auf dem Pi angemeldet sind. Das ist dann auch die Stelle, die Sie ändern können, Schrägstrich müssen, wenn Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit den 10.000 mp3-Dateien aus dem Internet nutzen wollen. Wie Sie die externe Festplatte mounten, haben wir bereits in einem anderen Video gezeigt, Link natürlich in der Beschreibung. Die wird dann also entweder im Verzeichnis homepi mp3 eingehängt, oder halt der Eintrag hier, music directory, der zeigt einfach auf die externe Platte. Können Sie da machen, wie Sie wollen. Für mein Beispiel reicht das hier. Meine mp3-Dateien bzw. die eine Datei, die ich hier überhaupt abspielen kann, die liegt im Verzeichnis warpi mp3. Da ich also keine Änderungen vornehme, brauche ich nur noch STRG-O und ENTER zu klicken, um das Ganze abzuspeichern. Mit STRG-X dann da wieder raus. Zugriff auf den Raspberry Pi mittels FTP haben wir ebenfalls schon in einem anderen Video gezeigt. Insoweit wird ich das hier was schneller abhandeln. Ich mache das ja hier gerade unter Windows, also klicke ich hier auf Computer, rechte Maustaste, Netzwerkadresse hinzufügen, weiter, weiter, Netzwerkadresse auswählen. HTTP, nein nicht HTTP, FTP, Doppelpunkt, Doppelslash, 192.168.111.58. Das ist also die IP. So, eingetragen. Anmelden als Benutzer Pi. Die IP können wir hier als Namen lassen. Fertigstellen. Da wird das direkt geöffnet. So, beim ersten Mal werden wir auch nach dem Passwort gefragt, hat er in meinem Fall aber schon gehabt. Insoweit bin ich jetzt hier auf dem Pi und habe das Ganze hier unter Computer auch als, ich sag jetzt mal, Laufwerk stehen. Hier muss also jetzt nur noch das Verzeichnis MP3 erstellt werden. Das muss allerdings optimalerweise als Benutzer Pi erstellt werden. Das heißt, ich kann jetzt hier entweder rechte Maustaste machen, neu und einen Ordner erstellen. Da ich mich ja gerade hier als Benutzer Pi angemeldet habe, würde das problemlos funktionieren. Oder eben über unsere Eingabeaufforderung, da muss ich aber erstmal mit Exit raus, damit ich jetzt hier wieder als Benutzer Pi unterwegs bin und dann mkdir. So, schauen wir mal nach. Das müsste ja jetzt hier erstellt worden sein. Reload. So, dann habe ich hier meinen MP3-Dateiordner. Hier kann ich also jetzt meine MP3-Dateien ablegen, werde ich das hier mal machen. Ich habe hier mal eine Beispieldatei. Kopieren. Einfügen. Einfügen. So, liegt die da drin. Damit das Programm, das für die Musik auf unserem Pi zuständig ist, MPD heißt das, damit das Programm auf dieses Verzeichnis zugreifen muss, müssen wir da entsprechende Rechte noch setzen. Mit chmod plus xmp3. So, das sollte schon reichen. Ich gehe jetzt nochmal mit sudo s in den Benutzer root und starte nun den Dienst neu. Ja, alle Konfiguration ist erledigt. Also, service mpd restart. Sollen wir jetzt hier keine Fehlermeldung bekommen? Doch, die bekommen wir hier glatt nochmal. Die sollte eigentlich nicht kommen. Fail to start. War, Pi, MP3, no such file oder Rektory. Ja, war, Pi gibt es ja auch nicht. Das ist schon richtig. So, das ist nämlich HomePi. Insoweit Fehler von mir. Müssen wir da gerade nochmal in die Konfigurationsdatei. nano.etc.mpd.conf. Da ist der Fehler. War, Pi. Die gibt es auch nicht. HomePi. Steuerung OX raus da. Und nochmal das Ganze neu starten. So, jetzt konnte er das Ganze auch indexieren. Also, jetzt hat es geklappt. Abschließend der Funktionstest und zwar hier direkt über SSH. Dazu muss ich allerdings nicht mehr als Benutzer root angemeldet sein. Insoweit logge ich mich hier aus. Wir rufen das Ganze jetzt mal hier auf mit mpc und dann add und dann das Musikstück. Das muss richtig geschrieben werden, sonst wird es natürlich nicht erkannt. Ich brauche aber keinen Pfad anzugeben. Sie erkennen wahrscheinlich hier, dass ich nicht im Verzeichnis mp3 bin, denn über die mpd.conf Datei wird ja gesagt, in welchem Verzeichnis, in welchem Musikverzeichnis, er nach der Datei canon.mp3 suchen muss. So, also mpc add. Wenn das alles funktioniert, bekomme ich kein Feedback und jetzt kann das Ganze am Ende mit mpc Play gestartet werden. so funktioniert also ganz wunderbar. ist ganz einfach. Wie gesagt, jetzt hier nicht ganz so sinnvoll, deswegen in den folgenden Videos die viel komfortablere Steuerung über Windows, Linux und natürlich auch Android. weit. Das Lied ist zwar Canon in D gewesen, aber eine Variation, wer das ganze Stück hören will, auch natürlich über die Beschreibung verlinkt. okay. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020